. Das ist der erste Duell mit Christophe Anticou. Das ist der erste Duell mit Christophe Anticou. Thiago! Er kann sich selbst entscheiden. Thiago! Das ist der Niematowski. 25. Thomas Müller. Schnauff-Junech, der Trainer von Schieptasche. Und das ist der Niematowski. Das ist der Niematowski. Und Thiago, mein Liege, ist dazu schon gesenkt. Alcantara! Thiago! Du denkst, Thiago Alcantara! Hey! Ja, das ist der Niematowski. Der Bob de los 90. Atención, Thiago! Du denkst, Thiago Lobo. Thiago, das ist so ein Spiel für diese Techniker. Und in der Abdeckung. Thiago, no look, traumhaft. Und auf der Anzeigetafel zeigt er so nix. Klebert, Tor! Und so wenig Torwart, und er schießt genau den Mann in Gelb an. Noch ein zweiter Torwart. Thiago, Thiago! Ach, ist schon gut. Thiago. Der Torwart hat gerade in Paris wollte er gleich mit der FG. Ich weiß nicht, was er nennt. Thiago, leicht gezogen von Lhasa, Fall gelöst. Und Thiago... Thiago... Thiago, sehr gut. Thiago, das ist sehr gut gemacht, allerdings hat sich Kettner auch leicht abschütteln lassen. Thiago... Oh ja, da fehlt noch weiter. Oh ja, da fehlt noch. Thiago, wie ein Füßig. Sehr gut gemacht. La relance auf Corentin Tolisso, auf Thiago Alcantara. Oh ja, da fehlt noch weiter. Thiago, mit Lewandowski. Das war's. Oh ja, das war's. Oh ja... Oh, das war's. Oh ja, das war's. Heldig ist ein kanzler. Heldig ist ein kanzler, und die hüpfung. Mirjalevic. Zu lösen! Und kurz auf Lewandowski zu warten. Bayern erneut mit dem Licht! Der dritte wird auch klein kommen. Javi Martinez, aber jetzt Müller! Müller! Der Pass kann nicht besser gespielt werden. Gernenslager vor uns wieder. Es wird der Fall von Diago, von hinten. Ein particularlyer Verein. Bavarische Bavarische. Ein weiterer Räuble. Thiago Alcantara, mit in der Karte in der Potschaft. Wawariano! Das ist super! Oh! Da geht's, gott! Thiago Lewandowski! Er hat sich in den Bänden auf die Unterlage. Er hat einen Räubern. Er hat sich in der Rückwärtsausgabe. Ein weiterer Räubern. Er hat sich in der Rückwärtsausgabe. Er ist ein weiterer Räubern. Er hat sich in der Räubern. Robben! Und dann Thiago! Thiago! Tor! 1-4! Thiago! 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 Tor! Thiago! Der Kupke, der Kupke, der Kupke. Und der Kupke, 3-0. Was ist hier! Was ist Thiago! Da hat es Zeit zu flanken. Was für ein unfassbar schönes Tor von Thiago und Stuttgart in der Nachspielzeit wieder gespielt.